Die Ausfahrung ist sehr schnell. Die Ausfahrung ist sehr schnell. So, wo die Ausfahrung ist. Mach es schnell. Hoi! Jetzt sind wir 67. Ja, ja. Für die Filmzeit eigentlich. Ja, ja. Oh, ja. Bampi, komm nicht rüber mit dem Ding. Was sind die Bosse? Ja, das sieht man jetzt drinnen. Und nach der Tisch. Wo steht die andere Seite? Was hast du auf dem Köderrad gehabt? Ich habe einfach die Liste von dir. Scho? Wie sieht's hoi? Da hat die Mühe. Warte hier vor. Ich glaube ich. Das ist wie die Sau. Ich bin nicht der Verlierer. Wie geht's? Wollt sie einfach den Tillich rüber? Da hast du nichts unternehmen. Bremst du nicht? Vorne ist sie. Jetzt bist du schon Minuten dran. Ja, dann sieht sie. Hoi! Ja, gleich. Nein, ist knapp. Die Äpfel hat keine 50. Leider. Weisst du denn da? Das ist ja eine Vorräder. Sie ist ja gejuckt. Die Äpfel hat 50. Doch, doch, das ist ja 50. Ui, runter. Ui, runter. Yes. Aber 50 ist ja schon recht voll. Ja, der ist eines. Das ist ja 50. Das ist ja 50. Ich kann da mal eine Feste gehen. Hey, jetzt nehmen sie mal! Ich komme nicht ab. Gut, tue. Ja. Oha! Oha! Oha, du äpfel! Ja, weiss es nicht, das ist schon eine recht schlau fische! Hei, wanzag! Er ist sehr fein! Du darfst messen, bevor ich abgestohe! Oh, verdammt fest! Die hat keine 50 oder knappe 50. Oh, das ist ein verdammt fettes Sieg! Hilf sie, hilf sie! Nein! Nein! Wie müssen wir das hier tun? Scheisse! 1, Antti! 49! Den bringen wir raus! Oh, aber eine sehr schöne Forelle! Mann! Scheisse mich wirklich an! Papi hält sie nachher noch, mache noch ein Foto! Scheisse mich wirklich rüber an! Traume! Sehr schön! Sehr dick! Schon geistig! Scheisse mich rüber an! Mhm! Hoi, zack! Ja! Ja!